Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2 Brotherhood. Beim letzten Mal haben wir hier ein paar Soldaten getötet und dir damit diesem armen Kerl geholfen. Und er leidet hier, weil seine Liebste wahrscheinlich dort erhängt worden ist. Mal gucken, was er uns so zu sagen hat. Sie war eine Schönheit. War sie, bis dieses Schwein sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Rivia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galten. Durch Verrat. Die Carnefiche sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Die Carnefiche wohnt auf dem Hügel über dem Galten. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Volle Synchronisation, das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Na dann, mal schauen, wie wir das so hinkriegen. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um die Carnefiche. Weißt du Bescheid, mein Freund. Das kriegen wir zusammen hin. Gut, dann auf. Ab auf den Hügel. Kommen wir jetzt hier hoch. Hopp, hopp, hopp. Keine Müdigkeit vorzeugen, mein Freund. Wie kommen wir da rüber? Da hinten. Okay. Oh, halt dich! Oh, das war knapp. Ei, 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 ei. Ich hab gedacht, der fällt uns da jetzt runter. Ja, und da sehen wir auch unser erstes Speergebiet. Na dann bin ich ja mal gespannt. Also mit F das Ziel erfassen, wie immer halt. Und dann mit einem Gekonten-Sprung haben wir... Ja, die Klinge haben wir ausgerüstet. Das ist gut. Nicht meine Beste. Aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Nichts da! Das war's mit dir, mein Freund. Requiescat in pace. Das war doch schon mal ganz gut. So, und jetzt ganz schnell auf die normale Klinge schalten. Ihn haben wir erledigt mit der versteckten Klinge. So, dann kommt mal her, Leute. Lass das sein, du Hund! Na los, komm her! Tschüss! Ha! Ja, ja, macht euch nur nicht in die Hose. Also, habt ihr irgendetwas, was ich mir... Hat er tatsächlich gesagt, er hätte sich jetzt gerade in die Hose gemacht? Medizin voll, sehr schön. Von denen kriegen wir ja richtig viel. Her damit, mit allem, was ihr da habt. Wurfmesser voll. Oh je, meine Unterhose. Ja, die scheint ein bisschen voll zu sein, ha? Das war nicht so gemeint, ne? Verschwindet einfach, ja? Okay, ich lass sie leben. Ja, die Waffe ist doch unten. Ich weiß gar nicht, was du hast. Kladderkring. Ja, müsste ich mal nachschauen, was das ist. Oder es kann mir vielleicht irgendeiner, der diese Folge sieht, erklären, was ein Kladderkring ist. Ich hab mir nie die Mühe gemacht, das wirklich mal nachzugucken. So, dann wollen wir uns mal um die Hauptmission kümmern. Das war ein kurzes, gutes Intermezzo. Hat mir gefallen. Aber jetzt wird's Zeit für die Hauptmission. Hopp, Ezio! Oh, hier sind überall Wachen auf den Dächern. Ich sollte mich nicht hier allzu viel aufhalten. Ah, ja, dieses Augesymbol, genau. Das war ja das, wovon, ähm, in der letzten Folge... Hey, Desmond. Ich weiß nicht, dass du noch Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Glyphen jetzt hier, ähm, alle suchen möchte und finden möchte, vor allen Dingen. Ähm, ich fand die Story dahinter nicht so prickelnd wie in Assassin's Creed 2. Die war wirklich cool, also mit Adam und Eva und so. War schon lustig. Ähm, aber jetzt hier auf die Suche nach den Dingern zu gehen, weiß ich nicht. Ähm, ich überleg's mir im Laufe des Ganzen, ob ich das wirklich machen will oder nicht. Jetzt erstmal hinüber zur Hauptmission. Unsere erste Mission mit Ezio, beziehungsweise die dritte oder vierte, haben wir ja schon mal ganz gut geschafft. Und da ist Machiavelli. Machiavelli, mein Freund. Hey! Ezio, welche Überraschung, euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Wie? Wenn Machiavelli uns nicht gerufen hat, wer war es denn dann? Machiavelli durch Rom begleiten und verschiedenen Gefahren aus dem Weg gehen, die einem begegnen, was weiß ich. Volle Synchronisation, den Borgia Hauptmann in das Gerüst werfen, um ihn zu eliminieren. Na dann. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Genau, tue ich das je. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen mit dem schnellen Gehen, weil sonst beklaue ich aus Versehen noch irgendeinen und das ist dann nicht ganz so gut. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ja. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Okay. Ich habe meine Klinge. Warum haltet ihr nicht ab? Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Das war ein cooler Spruch. Wir reparieren und ändern einbauten Fensterflügel, Schlöcher und Andraut. Stilett und Schulterteile kaufen. Okay. Ja, mein Freund. Reparaturen kann ich mir sagen. Ah, ich soll jetzt einfach nur die römischen Schulterteile kaufen. Okay, das machen wir. Die Sachen sind recht teuer, wie ich es das so sehe. Und das Stilett. Wunderbar. Na, das ist doch schon mal etwas. Investitionen. Achso, das können wir, glaube ich, noch gar nicht noch. Na, das kommt später. Das wird schon funktionieren. Ja, ich komme, mein Freund. Nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überleben. Vielleicht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Andriff auf die Bühne. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Stau. Und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nenn mir seinen Namen. Cesare, Führer des päpstlichen Heeres. Was er mit seiner Macht im Schilde führt? Was den Mann antreibt? Das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier. Und bei seinem Tempo wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. So, hast du jetzt endlich zu Ende gesprochen, mein Freund. Das ist ja Wahnsinn, wie viel du redest. Mein Gott. Was ich immer noch komisch finde, die Frau hat uns ja gesagt, wir sollten uns mit Machiavelli treffen. Machiavelli wusste aber nicht, dass wir uns mit ihm treffen wollten. Und Machiavelli weiß von dem Angriff auf die Villa. Das hat sich scheinbar wirklich tatsächlich sehr schnell bis nach Rom hin verbreitet. Ach. Sollten wir nicht lieber reiten? Ich improvisiere. Jawohl, wir improvisieren. Wir sollen also diesen Borgia-Hauptmann töten, indem wir ihn in den... Was denn? Oh! Komm mit, mein Freund, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Komm, 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 komm. Nein, hau mich nicht. Hey, hey, hey. Lass mal. Lass mal gut sein hier. Hey, 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 na, kommt schon. Kommt schon. Mal gucken, ob wir sie noch entwaffnen können. Ja, komm mal her, Borgia. Du bist schon mal tot. Halt, warte mal, Borgia. Komm her. Äh, nein, komm her. Und hopp. Ab mit dir. Das war's. Macht nichts, mein Freund. Aber den Borgia-Hauptmann möchte ich doch ganz gerne eben ausnehmen. Bevor wir zu Machiavelli. Die haben nämlich immer richtig viel Kohle dabei. Ja, ja, ja. Es ist alles gut, mein Freund. Es ist alles gut. Es hat zwar ein bisschen gedauert, bis wir ihn dann reingeschmissen haben in dieses Ding. Aber es hat geklappt. Wunderbar. Das freut mich doch. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Und das machen wir jetzt auch. Wir setzen jetzt ein Zeichen. Wir verbrennen den Turm. Wo ist der Turm? Da ist der Turm. Hinauf mit uns. Oh, das war nicht so geplant. Ähm, das auch nicht. Okay, wieder hoch. Äh, das ist ja eigentlich ein sehr einfach zu erklimmener Turm. Ähm, wo muss ich lang hier? Am besten hier. Ach, da vorne wäre auch eine Leiter gewesen. Sehr schön. Aber nicht alle sind so einfach zu erklimmen. So, was wir nicht brauchen, ist tatsächlich jetzt erstmal synchronisieren, weil das wird automatisch synchronisiert. Wir verbrennen jetzt einfach den Turm. Und somit weiß jeder, hier herrschen nicht mehr die Borgia. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkaufen. Nach euch. Weißt du Bescheid, Machiavelli? Das gab nochmal 250 Florin und wir werden jetzt diesen Stall freikaufen. Jawoll. Oh, sogar für 0 Florin. Das freut. Weil es in Richtung der Hauptmission jetzt noch war. Und in Zukunft wird das richtig teuer werden. Aber je mehr wir synchronisieren, umso besser. Machiavelli zum Campidiglo begleiten. Keine Gesundheit verlieren. Okay. Halt, warte mal. Machiavelli, ich komme. Hopp, fährt, spring da rüber. Oh, ich hasse es. Aus dem Weg, Leute. Ich habe es ein bisschen eilig. Was ist denn jetzt mit dir, Machiavelli? Bist du so ein bisschen verpackt oder sowas? So, aber wenn ich jetzt dann so auf den Weckerchen schaue, würde ich sagen, setze ich jetzt hier einen kleinen Schnitt. Hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wünsche euch einen scheinen Tag. Bleibt sauber und gesund. Und wie es dann so weitergeht mit Machiavelli, das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss.